Musik Als ich abends heimkam, war ich immer noch im Zweifel, was ich mit meinen 17 Pfund anfangen sollte. Hilda sagte, sie gehe zur Buchgemeinschaftsversammlung. Einer aus London sollte einen Vortrag halten. Über was, das wusste Hilda natürlich nicht. Ich sagte, ich wolle mitgehen. Im Allgemeinen bin ich nicht sehr für solche Vorträge, aber seit den Visionen vom Krieg, die heute Morgen der über den Zug fliegende Bomber in mir ausgelöst hatte, war ich in etwas nachdenklicher Stimmung. Nach dem üblichen Hin- und Hergerede brachten wir die Kinder früh zu Bett und gingen rechtzeitig zu dem Vortrag, der auf 8 Uhr festgesetzt war. Es war ein nebliger Abend, der kalte Saal schlecht beleuchtet. Es ist ein kleiner Holzbaum mit einem Wellblechdach, der irgendeiner Non-Konformisten-Sekte gehört und dem man für 10 Schilling mieten kann. Die übliche Gemeinde von 15 bis 16 Leuten war herbeigeströmt. Vorne am Podium hing ein gelbes Plakat, das den Titel des Vortrags ankündigte. Vom Faschismus bedroht. Das überraschte mich nicht besonders. Mr. Widget, Vorsitzender dieser Versammlungen und im Privatleben in einem Architektenbüro tätig, ging mit dem Redner herum und stellte ihn jedem als Mr. So-und-So, der bekannte Antifaschist vor. Den Namen habe ich vergessen. Er tat dies in der gleichen Art, wie wenn man jemand mit dem Prädikat, der bekannte Pianist, einführt. Der Redner war ein kleiner, etwa 40-jähriger, dunkel gekleideter Mann, der seine Glatze recht erfolglos mit ein paar Haarsträhnen zu verdecken suchte. Solche Versammlungen fangen nie pünktlich an. Man langweilt sich zuerst noch eine Zeit lang, während auf weitere Besucher gewartet wird. Es war 25 Minuten nach 8, als Widget an sein Pult trat und mit seinem Sermon begann. Widget ist ein sanft aussehender Mensch, der immer lächelt mit einem Gesicht so rosig wie ein Babypopo. Ich glaube, er ist der hiesige Sekretär der liberalen Partei. Außerdem ist er im Gemeinderat vertreten und bedient den Projektionsapparat bei den Lichtbildvorträgen für den Mütterverein. Er ist das, was man den geborenen Vorsitzenden nennt. Wenn er sagt, wie entzückt wir alle sein, müsste er so und so heute Abend bei uns zu haben, merkt man ihm an, dass er es selber glaubt. Jedes Mal, wenn ich ihn ansehe, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, er sei sicher jungfräulich. Der kleine Redner zog ein Bündel Notizen hervor in der Hauptsache Zeitungsausschnitte und stellte sein Wasserglas darauf. Dann fuhr er sich rasch mit der Zunge über die Lippen und legte los. Wenn ich zu Vorträgen, öffentlichen Versammlungen und dergleichen gehe, kommt im Verlauf des Abends jedes Mal ein Augenblick, in dem ich mich frage, warum zum Teufel tut man so etwas? Was zieht die Menschen an einem Winterabend in so einen Vortrag? Ich blickte mich im Saal um, ich saß in der letzten Reihe. Ich kann mich an keine Versammlung erinnern, wo ich nicht in der letzten Reihe gesessen hatte, wenn ich es irgendwie einrichten konnte. Hilda und die anderen hatten sich wie immer vorne niedergelassen. Es war ein düsterer kleiner Saal. Man kennt ja solche Räume. Wände aus Kiefernholz mit einem Wellblechdach und so viel Zugluft, dass man gerne den Mantel anbehält. Unser kleines Häuflein hatte sich unter dem Licht um das Podium gruppiert. Dreißig leere Stuhlreihen hinter uns. Sämtliche Stühle waren staubig. Hinter dem Redner auf der Bühne stand ein großes viereckiges Ding, das mit grauen Tüchern verhüllt war und ein riesiger Sarg unter einem Leichentuch hätte sein können. In Wirklichkeit war es ein Klavier. Zuerst hörte ich nicht genau zu. Der Vortragende sah recht schäbig aus, aber er war ein guter Redner. Blasses Gesicht, flinkes Mundwerk und die heisere Stimme, die man von vielen Reden bekommt. Natürlich fiel er über Hitler und die Nazis her. Es war nicht gerade aufregend, was er sagte. Man bekam genau dasselbe jeden Morgen im News Chronicle vorgesetzt. Seine Stimme drang zu mir herüber wie ein monotones Wah-Wah-Wah. Nur hin und wieder hob sich ein Satz heraus und ließ mich aufhorchen. Bestialische Gräuel, grässliche Ausbrüche von Sadismus, Gummiknüppel, Konzentrationslager, furchtbare Judenverfolgungen, wie im finstersten Mittelalter, europäische Zivilisation, handeln ehe es zu spät ist, Entrüstung aller anständigen Menschen, Vereinigung der demokratischen Völker, hart bleiben, Verteidigung der Demokratie, Widerstand leisten, Demokratie, Faschismus, Demokratie, Faschismus, Demokratie. Diese Brüder lassen ihre Platte eine Stunde lang ablaufen wie ein Grammophon. Die Kurbel drehen, einschalten und dann geht es los. Demokratie, Faschismus, Demokratie. Aber es war interessant, ihn zu beobachten. Ein recht unsympathischer kleiner Mann mit blassem Gesicht und Glatze stand da auf dem Podium und warf mit Schlagworten um sich. Was tat er? Er schürte wohlüberlegt und ganz offen den Hass. Benutzte die schlimmsten Ausdrücke um einen Hass gegen gewisse Ausländer, Faschisten genannt, zu wecken. Ist doch recht seltsam, dachte ich, bekannt zu sein, als Mr. So und So, der bekannte Antifaschist. Ein fragwürdiges Geschäft der Antifaschismus. Ich glaube, diese Burschen leben davon, Bücher gegen Hitler zu schreiben. Aber was tat er, ehe Hitler an die Macht kam? Und was wird er tun, wenn Hitler verschwindet? Dasselbe könnte man natürlich Ärzte, Detektive, Rattenfänger und andere fragen. Doch die heisere Stimme rasselte endlos weiter. Da kam mir plötzlich ein neuer Gedanke. Er meint es ernst. Das ist gar kein Schwindel. Er empfindet jedes Wort genau so, wie er es sagt. Er versucht bei den Zuhörern Hass zu wecken, aber das ist noch nichts gegen seinen eigenen Hass. Jedes Schlagwort ist für ihn wie ein Evangelium. Wenn man ihn aufschnitte, wäre alles, was man in ihm fände, Demokratie, Faschismus. Es wäre interessant, einen solchen Menschen im Privatleben zu kennen. Aber hat er überhaupt ein Privatleben? Oder rennt er nur von Podium zu Podium, um Hass zu säen? Vielleicht bestehen sogar seine Träume aus Schlagworten. Soweit es von der letzten Reihe aus möglich war, betrachtete ich mir das Publikum. Ich glaube, wenn man sich die Sache näher ansieht, so kommt uns, die wir an Winterabenden fortgehen, um in zugigen Sälen den Vorträgen in diesen Left Book Clubs zu lauschen, eine gewisse Bedeutung zu. Ich denke doch, dass ich zu dem uns berechtigt bin, denn ich habe es bei dieser Gelegenheit ja selbst getan. Wir sind die Revolutionäre von West Bletchley. Das sieht auf den ersten Blick nicht sehr hoffnungsvoll aus. Es fiel mir auf, als ich so um mich blickte, dass nur ein halbes Dutzend der Zuhörer wirklich begriffen hatte, wovon der Redner sprach, obwohl er bereits über eine halbe Stunde auf Hitler und den Nazis herumhackte. So ist es bei solchen Versammlungen immer. Die Hälfte aller Menschen hat keine Ahnung, um was es überhaupt geht. In seinem Stuhl neben dem Pult saß Widget und betrachtete verzückt lächelnd den Redner. Sein Gesicht sah dabei einer rosa Geranie nicht unähnlich. Man konnte sich jetzt schon vorstellen, was er sagen würde, wenn der Redner sich gesetzt hatte. Dasselbe, womit er den Lichtbildvortrag über die Bekleidungshilfe für die Melanesier abschloss. Unseren Danksagen, unser aller Meinung ausgesprochen, höchst interessant, gibt uns viel zum Nachdenken mit nach Hause, sehr anregender Abend. In der vordersten Reihe saß kerzengerade Miss Minz, den Kopf wie ein Vogel etwas zur Seite geneigt. Der Redner hatte ein Blatt Papier unter dem Wasserglas hervorgezogen und las eine Statistik über die Selbstmorde in Deutschland vor. Beim Anblick von Miss Minz langem, dünnem Hals sah man, dass sie sich nicht recht wohl fühlte. Gehörte das nun zur Weiterbildung oder nicht? Wenn sie nur begriffe, um was es überhaupt geht. Die beiden anderen saßen da wie Puddingklumpen. Neben ihnen strickte eine kleine rothaarige Frau an einem Pullover, eine rechts, zwei links, eine aufnehmen und zwei zusammenstricken. Der Redner beschrieb, wie die Nazis die Verräter enthaupteten und manchmal schlage der Scharfrichter nur so zum Spaß zu. Es saß noch eine andere Frau unter den Zuhörern, ein dunkelhaariges Mädchen, Volksschullehrerin. Im Gegensatz zu den übrigen hörte sie wirklich zu, beugte sich vor und heftete ihre großen, runden Augen auf den Redner. Mit leicht geöffneten Lippen sog sie seine Worte ein. Hinter ihr saßen zwei alte Knaben von der örtlichen Labour Party. Der eine hatte kurz geschnittenes graues Haar, der andere Glatze und Schnurrbart. Beide hatten ihre Mäntel anbehalten. Der bekannte Typ sind seit Ewigkeiten in der Labour Party, haben ihr Leben der Partei geopfert. 20 Jahre lang haben sie auf der schwarzen Liste der Arbeitgeber gestanden. 10 Jahre haben sie den Stadtrat bestürmt, etwas für die armen Viertel zu tun. Auf einmal ist alles anders. Das ewige Gezeter der Labour Party hat aufgehört. Sie finden sich plötzlich in die Außenpolitik gedrängt. Hitler, Stalin, Bomben, Maschinengewehre, Gummiknüppel, Achse Berlin-Rom, Volksfront-Antikom-Internbündnis. Wissen nicht, was Kopf oder Schwanz ist. Direkt vor mir saß die hiesige Kommunistische Partei. Alle drei sehr jung. Einer von ihnen ist zu Geld gekommen und ist irgendwas in der Hespelrides Estate Company. Ich glaube, er ist sogar ein Neffe des alten Crum. Ein anderer ist Bankangestellter. Er zahlt mir manchmal Schecks aus. Netter Bursche mit einem runden, sehr jungen, lebhaften Gesicht, blauen Kinderaugen und so hellem Haar, dass man meinen könnte, er bleichte es. Er sieht höchstens aus wie 17, aber sicher ist er schon 20. Er trug einen billigen blauen Anzug und eine leuchtend blaue Krawatte, die gut zu seinem Haar passte. Bei diesen dreien saß noch ein Kommunist, aber dieser gehörte wohl zu einer anderen Sorte. Er war kein hundertprozentiger, sondern das, was sie einen Trotzkisten nennen. Die drei anderen verachteten ihn. Er war noch jünger als sie, ein sehr schmaler, sehr dunkler, nervös aussehender Junge. Kluges Gesicht, Jude natürlich. Diese vier nahmen den Vortrag ganz anders auf als die übrigen. Man sah ihnen an, dass sie sofort aufspringen würden, wenn die Diskussion begann. Sie waren schon jetzt sprungbereit. Und der kleine Trotzkist rutschte unruhig hin und her, voller Sorge, er könnte nicht vor den anderen drankommen. Ich hörte nicht mehr auf die aktuellen Schlagworte des Redners. Aber es gibt ja mehr als nur eine Art des Zuhörens. Ich schloss eine Zeit lang die Augen. Die Wirkung war eigenartig. Ich sah ihn viel besser vor mir, wenn ich nur seine Stimme aufnahm. Die Stimme klang, als könnte sie 14 Tage ohne Pause weiterreden. Diese lebenden Sprechautomaten, die Propaganda trommeln, wie es die Stunde verlangt, sind grauenerregend. Immer dieselbe Leier. Hass, Hass, Hass. Lasst uns zusammenhalten und ordentlich hassen. Stets das Gleiche. Es ist, als säße einem etwas im Schädel und hämmerte auf das Gehirn ein. Aber sobald ich die Augen schloss, verwandelte sich alles in mir. Ich saß in seinem Schädel. Eine merkwürdige Empfindung. Gut eine Sekunde lang steckte ich in ihm drin. Man könnte fast sagen, ich war er. Auf jeden Fall spürte ich, was er fühlte. Ich hatte die gleiche Vision wie er. Und es war keineswegs eine Vision, über die man reden kann. Was er sagte, war lediglich, dass Hitler uns bedrohe und wir uns zusammentun müssten, um Recht zu hassen. Keine Einzelheiten. Alles blieb in seinen Grenzen. Aber was er sah, war etwas ganz anderes. Er sah sich selbst, wie er mit einem Schraubenschlüssel Menschengesichter zerschmetterte. Faschistengesichter natürlich. Ich weiß, dass er das sah, denn ich erkannte es in den ein oder zwei Sekunden, die ich in ihm war. Zerschmettern. Mitten hinein. Die Knochen werden zermalmt wie Eierschalen. Und was vor einer Minute noch ein Gesicht war, ist nur noch ein großer, runder Batzen Erdbeermarmelade. Zerschmettern. Den Nächsten. Das denkt er im Wachen und Schlafen. Und je länger er es denkt, desto besser gefällt es ihm. Und es ist alles ganz in Ordnung, weil es ja Faschistengesichter sind. Das alles hörte man aus dem Klang seiner Stimme. Aber warum? Die nächstliegende Erklärung, er hat Angst. Jeder denkende Mensch ist heutzutage von Furcht erfüllt. Dieser hier ist nur einer, der genug voraussieht, um etwas mehr Angst zu haben als die anderen. Hitler verfolgt uns. Schnell. Lasst uns alle nach einem Schraubenschlüssel greifen und zusammenstehen. Vielleicht, wenn wir genügend Gesichter zerschmettern, werden sie die Unsern verschonen. Alles Halt. Wählt euren Führer. Hitler ist schwarz und Stalin ist weiß. Aber es ist wohl einer so gut wie der andere. Denn im Kopf des kleinen Mannes besteht zwischen Stalin und Hitler kein Unterschied. Beide bedeuten Schraubenschlüssel und zerfetzte Gesichter. Krieg. Ich musste wieder an ihn denken. Er kommt bald zweifellos. Aber wer hat Angst vor dem Krieg? Das heißt, wer hat Angst vor den Bomben und den Maschinengewehren? Du selbst, sagt man. Ja, ich selbst, wie jeder, der sie erlebt hat. Aber es handelt sich nicht so sehr um den Krieg, sondern vielmehr um die Nachkriegszeit. Wir werden in dieser Welt untergehen. In der Welt des Hasses und der Schlagworte. Farbige Hemden, Stacheldraht, Gummiknüppel. Geheimzellen, in denen Tag und Nacht das elektrische Licht brennt. Und während man schlägt, beobachten uns Aufseher. Aufmärsche und Plakate mit riesigen Gesichtern. Die Millionenmenge von Menschen, die alle dem Führer zujubeln, bis sie sich selbst betäubt haben und glauben, dass sie ihn wirklich verehren. Dabei verabscheuen sie ihn im Unterbewussten so sehr, dass sie sich am liebsten erbrechen würden. All das wird kommen. Oder nicht? An manchen Tagen scheint es mir unmöglich, an anderen halte ich es für unausweichlich. An jenem Abend jedenfalls wusste ich, dass es so kommen würde. Es lag schon alles in der Stimme des kleinen Redners. Dieses gemischte kleine Häuflein, das an einem Winterabend zusammenkommt, um so einen Vortrag anzuhören, hat also vielleicht tatsächlich eine Bedeutung. Oder jedenfalls die fünf oder sechs, die begreifen können, um was es geht. Sie sind nur die Vorposten einer riesengroßen Armee. Sie sind die Weitsichtigen, die ersten Ratten, die den Untergang eines Schiffes ankünden. Schnell, schnell die Faschisten kommen, Schraubenschlüssel bereithalten. Schlagt sie zusammen oder sie hauen euch zu Brei. Wir haben so große Angst vor der Zukunft, dass wir kopfüber in sie hineinspringen, wie ein Kaninchen in den Rachen einer Riesenschlange. Und was wird mit Leuten wie mir geschehen, wenn wir den Faschismus in England erleben? In Wirklichkeit wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Nur für den Redner und für diese vier Kommunisten unter den Zuhörern wird alles anders werden. Sie werden Gesichter zerschmettern oder selbst zerfetzt werden, je nachdem, wer siegt. Aber die Durchschnittsmenschen wie ich werden weiterleben wie bisher. Und doch habe ich Angst. Wahrhaftig, ich habe Angst. Ich wollte mir gerade überlegen, warum. Da hatte der Redner geendet und setzte sich. Dann kam das übliche, hohle, dünne Geräusch des Beifalls, wie immer, wenn nur 15 Personen im Saal sitzen. Anschließend sagte der alte Wittschütz ein Sprüchlein auf. Und ehe man bis drei zählen konnte, waren die vier Kommunisten aufgesprungen. Sie fochten etwa zehn Minuten einen Hahnenkampf aus. Lauter Unsinn, den kein Mensch verstand. Dialektischer Materialismus, die Notwendigkeit des Proletariats und was Lenin 1918 gesagt habe. Nun stand der Redner, der inzwischen einen Schluck Wasser getrunken hatte, wieder auf und fasste seine Ausführungen nochmals zusammen. Der Trotzkist rutschte dabei auf seinem Stuhl hin und her, den drei anderen jedoch gefielen wohl die Worte und der Hahnenkampf ging inoffiziell weiter. Niemand sonst machte den Mund auf. Hilda und die anderen waren sofort nach dem Vortrag gegangen. Wahrscheinlich fürchteten sie, dass für die Saalmiete gesammelt werden könnte. Die kleine Rothaarige strickte ihre Nadel zu Ende. Man hörte, wie sie flüsternd die Maschen zählte, während die anderen stritten. Und Widget saß da und lächelte jedem zu, der gerade sprach. Man sah ihm an, wie interessant er das alles fand und wie er sich im Geist Notizen machte. Das schwarzhaarige Mädchen blickte mit halb geöffnetem Mund von einem zum anderen. Und der alte Labormann, der mit seinem Schnurrbart und dem hochgeschlagenen Mantelkragen einem Seehund ähnelte, hockte da und sah zu ihnen auf und begriff nicht, um was es eigentlich ging. Endlich erhob ich mich und zog meinen Mantel an. Der Hahnenkampf war zu einer privaten Diskussion zwischen dem kleinen Trotzkisten und dem hellblonden Jungen ausgeartet. Sie polemisierten, ob man zur Armee gehen solle, wenn der Krieg ausbreche. Als ich durch die Stuhlreihen hinausgehen wollte, entdeckte mich der Blonde. Mr. Bowling, hören Sie, wenn ein Krieg ausbreche und wir hätten die Möglichkeit, den Faschismus ein für alle Mal zu vernichten, würden Sie nicht mitmachen? Ich meine, wenn Sie noch jung wären. Offenbar hielt er mich für 60. Ich denke nicht daran, sagte ich. Ich habe genug vom letzten Mal. Der kleine Trotzkist fing von Sozialpatriotismus und Verrat an den Arbeitern an, aber der andere schnitt ihm das Wort ab. Sie denken an 1914. Das war ein ganz gewöhnlicher imperialistischer Krieg. Diesmal wird es anders. Denken Sie doch, wenn Sie hören, was in Deutschland vor sich geht. Die Konzentrationslager. Nazis, die mit Gummiknüppeln auf die Menschen einschlagen und die Juden einander ins Gesicht spucken lassen. Bringt das Ihr Blut nicht zum Kochen? Immer wollen Sie einem das Blut zum Kochen bringen. Das sind genau dieselben Phrasen wie im letzten Krieg. Meins hat 1916 zu Kochen aufgehört, sagte ich. Und Ihnen wird es nicht anders gehen, wenn Sie erst mal im Schützengraben liegen. Und da sah ich ihn plötzlich, als hätte ich ihn bis zu diesem Augenblick nicht richtig gesehen. Ein sehr junges, lebhaftes Gesicht, das einem gutaussehenden Schüler hätte gehören können. Blaue Augen und strohfarbenes Haar. Er starrte mich an. Für Sekunden hatte er tatsächlich Tränen in den Augen. So sehr fühlte er mit den deutschen Juden. Aber ich wusste ganz genau, was er wirklich empfand. Er ist ein kräftiger Kerl und spielt wahrscheinlich in der Rugby-Mannschaft seiner Bank. Er ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Und nun ist er hier. Ein Bankangestellter in einer gottverlassenen Vorstadt. Hockt hinter Milchglas-Scheiben. Trägt Zahlen in ein Hauptbuch ein. Zählt Banknotenbündel. Katz buckelt vor dem Chef. Und er merkt natürlich, wie sein Leben verfault. Unterdessen ist drüben in Europa der Teufel los. Granatenbersten über Schützengräben. Und ganze Wellen von Infanterie greifen unter Rauchwolken an. Vielleicht kämpfen einige seiner Genossen in Spanien. Natürlich sehnt er sich nach einem Krieg. Wie sollte man ihm das übel nehmen? Einen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, er sei mein Sohn, was den Jahren nach möglich gewesen wäre. Und ich dachte an jenen drückend heißen Augusttag, als der Zeitungsjunge das Plakat anschlug, England erklärt Deutschland den Krieg. Und wie wir dann alle auf die Straße hinausliefen und jubelten. Hören Sie, mein Lieber, sagte ich, Sie irren sich gewaltig. 1914 glaubten wir auch, es werde eine ruhmreiche Sache werden. Das war's aber nicht. Nur eine verdammte Schweinerei. Wenn es wieder so weit kommt, lassen Sie lieber die Finger davon. Warum sollten Sie sich Ihren Körper mit Blei spicken lassen? Bewahren Sie ihn für ein Mädchen auf. Sie meinen, der Krieg bestehe aus lauter Heldentaten und Viktoria-Kreuzen, aber ich sage Ihnen, es wird ganz anders. Es gibt heutzutage keine Bayonettangriffe mehr. Und wenn, dann ist es nicht so, wie Sie es sich vorstellen. Sie fühlen sich dabei sicher nicht wie ein Held. Alles, was Sie dann noch denken, ist, dass Sie seit drei Tagen nicht mehr geschlafen haben. Sie stinken wie ein Iltis, machen in die Hosen vor Angst und haben so kalte Hände, dass Sie Ihr Gewehr nicht mehr halten können. Aber das ist alles nicht einmal so schlimm. Das Schlimmste kommt erst hinterher. Das alles machte natürlich keinerlei Eindruck. Sie denken halt, man sei altmodisch. Man könnte gerade so gut unter der Tür eines Sektiererlädchens stehen und Traktätchen verkaufen. Die Besucher standen auf und Widget begleitete den Redner hinaus. Die drei Kommunisten und der kleine Jude gingen zusammen die Straße hinauf und fingen wieder von vorne an. Solidarität des Proletariats, die Dialektik der Dialektik und was Trotzki 1917 erklärt habe. Sie sind im Grunde alle gleich. Die 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 flippingixon